Der SVW in Wiesbaden aber um eine schnelle Antwort bemüht und der HFC im Glück kurz nach dem Wiederanpfiff, wieder Fennel mit von der Partie, ein Aufschrei geht durch die Arena, Handspiel soll es gewesen sein und ja, die Bewegung von Fennel geht schon aktiv Richtung Balder, hätte sich der HFC über einen Pfiff und einen Elfmeter nicht beklagen dürfen. Reimerick mit Platz, weiter zu Fried, allein vor Brinkis, Fried, 1-0 VfL. Da schlägt er wieder zu der Deutschkaner, der in seiner Jugend beim FC St. Pauli kickte. Es ist eine knappe Geschichte, aber kein Abseits beim Pass von Reimerick. Fried dann mit dem satten Abschluss in die kurze Ecke. Die sollte Brinkis, der Keeper, eigentlich bestenfalls dicht machen. Torraumszenen werden mehr. Anton Fink ist da im 16er, geht vorbei, Fink, Schuss, abgeblockt, nochmal Fink, kommt dann zu Fall, aber das ist kein Elfer da im Duell mit Jan-George. Schauen wir hier nochmal hin. Ne, weiß er auch, reklamiert er auch keinen Strafstoß. Die 52, der Freistoß, Wolf, Berchut, der Osnabrücker, köpft ihn rein. Zweikampf zwischen König und Apia, König fällt, aber kein Foul, sagt Schiedsrichter Bastian Börner. Doch in der Wiederholung wird deutlich Apia mit einem Arm eng umschlungen. Dann kommt die zweite Hand noch dazu, hätte man durchaus pfeifen können.